Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. Camper, die sich einen guten Spot suchen, um dann Spieler abzufarmen, die gefüllte Taschen mitbringen, bemerkt man oft erst dann, wenn man von ihnen rücklings erschossen wird. In diesem Raid of Interchange, in dem wir als Trio unterwegs waren, um Helme und Headsets für die Quest Hot Delivery zu stashen, haben wir diese allerdings ungewollt fast von Beginn an erlebt. Campen an sich finde ich persönlich eh schon das Schmutz-Gameplay überhaupt. Und wer von euch genauso denkt, findet in diesem Raid vielleicht ein bisschen Genugtuung. Das war's aber an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Das ist der Raum gegenüber vom Tech-Store, ne? Ja. Die Schräge hoch und nach rechts. Ja, ja. Ich hab keine Stamina. Ja. Wir müssen aufpassen, links beim Scafcam kann er übergespawnt sein. Da ziehst du dich immer so dick an. Mensch, ich habe Helme und so dabei. Und vielleicht ein bisschen mehr Munition als du. Nicht der falsche Munition. Achso. Dann müssen wir für dich gleich nochmal eine Ersatzknarre finden, oder? Ersatzklar habe ich, aber meinen Sniper habe ich mit 20 Schuss. Okay. Dann zweiten, wer hier liegt. M4 mit Muni. Sechster Schuss. Links von uns. Hä? Woher ist das gerade? Hä? Woher ist das gerade? Hä? Äh, kacke. Mein Name ruft an. Äh, scheiße. Ich muss mal kurz ran gehen. Ja, lass mal grob in die Richtung gehen. Hier nicht großartig rumhängen. Wie müssen wir überhaupt lang gehen? Links weg, oder? Ne, da vorne? Was? Scaf. Glaube ich. Und was hat hier oben gerade geschossen, glaube ich? Und ihr zu mir? Ich bin rechts halt. Ja. Ich bin im Zelt. Ich bin da. Er ist erschossen worden. Er ist tot. Richtung Rampe. Nach oben. Er liegt da tot. Er ist eben noch da hingegangen. Ich hab ihn noch gesehen. Habt gerade einen Augenwinkel gesehen, dass er da tot liegt. Das waren bestimmt auch die Schüsse, die ich da entfernt gehört habe. Also, irgendwer hat den aus der Entfernung weggemacht. Och. Ach, nein, ich hab die drei Goldketten vergessen. Ist egal, ich muss hier eh noch mal öfter rauf für die 40 Gills. Ich hab ihn gesehen. Wo war er? Rechts. Wenn du die Rampe runterrennst, auf der linken Seite, hast du dieses Regal mit dieser Waffenkiste an der Wand. Da lag er. Ach so, wenn du runterrennst, links, du hast ihn rechts gesehen, okay? Ja. Ja, ja, okay, hab ich verstanden. Ja. Spassate, ich rull die. Ach so. Spassate. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lass sie mal wandern Ja, wieder von rechts erschossen, die sind immer noch da Kann gut sein, dass der weiß, was mir da aussieht Ja, klar, kann das sein, ja Du hast es ja da im Blick, ne? Ja Soll ich hier ein bisschen laut machen, dass sie denken, ich mach hier irgendwas? Naja, dann würden die trotzdem, werden die chillen Wenn die da sind Sonst hätten die auch schon was gemacht Überlegt, wie man da vorgeht Ja, aus der Position kannst du eigentlich nur Selbst wenn ich jetzt rechts an der Wand lang gehe, haben die eher ein Angle auf mich als ich auf die Ja Weil ich halt Leftbeak habe am Ende Von hinten rum dauert gefühlt ewig Wir müssten fast die ganze Map einmal rumlaufen Naja, deswegen Das wäre auch für dich eine verpasste Chance, wenn du das dann nicht nutzen würdest Ja Für meinen Shooterbund Naja, deswegen Nervische Situation Jetzt wäre das well, der gut oder? Techno-Flame halt die Klappe Ja, stimmt wohl Das stimmt wohl Ja, wie lange wollen die dann da chillen? Chillen die ganze Zeit I got things to do Geduld ist ne Tugend Und ich glaube nicht, dass die so viel Geduld haben wie wir Ja Und ich überlege, ob ich Ich kann doch hier sonst auch hochgehen Andersrum rennen Ja, warte mal Ich geh mal dahin Ich geh mal dahin Ich bewege mich mal Hm Ach hier ist Oli Ich muss jetzt komplett über Oli durchlaufen Ne? Du rennst geradezu in die Gänge da hinten rein Ja, ja, mein ich ja Ja, ja, mein ich ja Okay, jetzt keiner Ich weiß nicht, aber ich kann ja Ah ja, okay Jetzt Schon weil ich da Alter, es regne wie Hulle Ich höre mir kein Wort Ich höre mir kein Wort Jetzt kann ich ja hier links durch den Shop laufen Brauche ich mal Carpentry Noch eine Leider nicht Ich habe die eine Ne Brauche ich nie geschmissen Ne, ich habe einfach nur keine eingepackt Wie schon Wer sonst immer will Also genau, jetzt länge ich hier links und wieder links Ne Aber das ist doch der Gang, wo ich gerade hergekommen bin Ach ja, okay Jetzt bin ich hier Und hier die Rolltreppe runter gleich Das Dashding ist aber nicht zufällig hier, oder? Wenn ich gerade schon mal hier bin So Jetzt hier leise runter Also, okay Okay Und hier bin ich hier hin Ja, okay So Okay So Jetzt bin ich hier hin Ich bin hier ein Ich bin hier hin Vielen Dank. Vielen Dank. Du liegst da? Nein. Nein, das ist nicht derbe. Wo müsste ich die jetzt sehen rein theoretisch gleich, wenn ich unten bin? Da, reich? Links 45 Grad. Okay. Das heißt, ich muss mich möglichst weit links halten. Die haben gerade den, die haben den Skepp erschossen. Das ist auch der Spieler. Das ist auch ein Spieler, den sie auch noch nicht gelootet haben. Die hocken da jetzt wirklich die ganze Zeit? Wollen die mich verarschen? Der eine bewegt sich jetzt zu dir. Ja, blufuck. Das ist wie Daniel. Okay. Gar nichts. Nee, er ist links. Er ist auch irgendwo in der Nähe vom Gabelstapler gewesen jetzt schon. Der ist ganz links. Der ist in der Nähe von... Okay. Dann ruhig, ruhig. Nee. Nee, daneben noch. ab ihn und drei hat ihm erlebt noch nein erlebt nicht mehr drei hat man drei jahren team dann hat er eine komplexe auch schon mich komplett umlaufen der war ja schon hinter mir der war hinter dir ja was wir gesehen der war ja schon einmal sauber das sind die momente mit spaß man die waffen gespäten die du empfohlen wer wollte empfehlung für die also kannst du auch meinen rucksack nehmen das ist auch drin ja gut meins liegt ja hier oben auch gleich um eke so gut ding will weile haben immer schön die heile animation abbrechen dann geht es ein paar millisekunden schneller dann gib mir spaß bei dem safen beim safen? na ihr liegt offen ne? scheiß der safet doch nix doch kann ich machen mach einfach nur deine mülchen und dann kannst du immer noch da runter rennen ach wir muss da eh noch hin also alles gut ich hab da jetzt keinen stress mit ich mach jetzt bloß die macs eben schnell voll ich mach jetzt bloß die macs eben schnell voll ist da links von mir was? ach nö hm 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 Das war's für heute. Wo liegt ihr? Ich lieg hier um die Ecke, links gleich. Wo genau? Unter dir. Okay. Links, rechts? Der hier, ne? Rechts. Nur der Sniper und das Headset wäre gut und sonst wäre es alles egal. Sniper, Headset. Passt hier noch was rein. Drei. Ich muss kurz gucken, wo ich das darstelle. Also ich glaube, ich stresche das da, wo ich herkomme. Hergekommen bin. Ach, ich hab nur neun Minuten. Ach, Zeit. Mach ich kurz hin. Äh, das war eh dein Rucksack. Ja gut, die neun Minuten passiert glaube ich jetzt nichts mehr, oder? Glaub ich auch nicht. Oh, ich muss die fahrenden, ich muss die fahrenden Raid noch abgeben. Oder Äsch. Oder Äsch. Oder Äsch. Oh oh. Essen, trinken. Wo waren die anderen Dudes denn hier? Einen habe ich hier getötet. Wo war der andere? Den einen hast du genau auf meine Leitung gebracht. Ach so. Ja aber den zweiten? Ach hier. Ne das ist der Scalp. Das war ein Scalp. Ich habe Scalp. Ach hier vorne auch noch. Aber Rechtswandseite auch. Ja. Und du kannst ja den Mate den ich erschossen habe angucken. Und dann haust du ab. Ach keiner Rucksack dabei. Ja stimmt. Waren die gut dick ausgerüstet. Ja. 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 So MDR Und Dann MT, danke für deinen Reign Danke dir Herzlich willkommen, liebe Freunde Setzt euch nieder Ich schmeiß den Scheiß raus Das schaffe ich nicht mehr mit dem Flaschen Ja, ist eh nicht versichert Ja, deswegen Können wir den Scheiß von ihm Nämlich noch mitnehmen Und nehme ich nicht mit Ja, ist mir egal Danke dir für die Follows hier Wenn ich gerade höre, gehe ich gleich drauf ein Ich muss kurz ein bisschen Hähne machen, damit ihr Leben rauskommt Das ist egal Noch mehr Follows Dann MTB, danke auch dir Und nochmal für deinen Follow M18 Ja, ne, brauche ich nicht unbedingt Okay, dann haben wir es Ähm, hol mich raus Immer kommen Dann kann ich ja wieder zurückrennen hier Ich habe kein Trimadol mit Hier durchs Loch Oh, wa? Nein Durch das Loch hinten Ah ja Die ist schneller Servus, wie war es bei euch? Wie lief das Stream? Ohne Trimadol schaffe ich das glaube ich nicht Obwohl, könnte ich noch Wie viele Minuten hast du denn? Das ist schon der? Da müsste noch außen rumlaufen Ja, naja Das geht schnell auf Wenn du jetzt da drinnen hin und her Irst Liegt ganz gut, wie läuft es bei euch? Ja, du An sich War nicht schlecht Man stirbt, man lebt Aber das war jetzt gerade Ein guter Raid Fast Für mich zumindest Für Diablo eher weniger Und für Diablo auch Aber die verlieren Wenigstens nix Das kommt alles wieder Ah ja, okay Hier bin ich Ja Das sollte gehen Das sollte machbar sein Er sich denn hier für eine Apparatur gebaut Das habe ich mir auch gedacht Wo ich Ultra short die M4 Aber schön White scope Und hast nicht gesehen Apropos Es ist keine M4 Ja, weißt du was ich meine MCX halt Die du gepriesen hast Praise hallelujah Oh, Blackout AP Er wollte es wissen Aber wenn man es hat Dann hat man es halt Ja, ich glaube es ist wie eine snäcke wie eine snäcke hier konnte ich trimadul vergessen daran hat sich gelegen naja alle jahre wieder alle wieder happy so jetzt aber noch mal ameno danim jackser und malboro vielen lieben dank für euren follow herzlich willkommen im kaffeeblog schön dass ihr da seid ein herzliches welcome an euch so el jardinero und john gartvolta bis zum nächsten Mal